Das war jetzt scheiße, ich wollte eigentlich nur die Tür zu machen. Also heute ist echt eine komische Aufnahme, ich weiß auch nicht. Echt mehr als komisch. So, haben wir es wieder bereinigt. Hoffentlich jetzt ohne Zwischenfälle, ähm, genau, den Baum fällen. Oder das, was halt dann nur in der Luft hängt. Das müssen wir sogar dann reichen. Da hängt auch noch, das sind ja zwei Bäume. Zwei Bäume? Was stellst du denn an? Ich glaube, ich tu noch mal Klasse erstellen. Ist der netherrack? Ja. Das macht gerade sehr gut. Tu mal Klasse erstellen. So, und hier komm... Komm ich da? Ne. Komm ich da hin? Hinn! Fliege runter. Jetzt wollte ich nur schauen, ob ich da hinkomme. So. Weg! So, geht das? Was? Jawoll. Platsch. Und jetzt noch. Ach komm, was machst du eigentlich? Hm? Das ist ja nicht, das ist ja nicht... Ich kann mir das nicht mehr anschauen, ey. Was? So viele Bäume, die da in der Luft hängen. Das ist traurig. Wir haben Bäume, ey. Die haben auch Feelings, weißt? Ich hab aber neue gepflanzt, deswegen. Und warum sollte sich der Baum, der in der Luft hängt, darüber freuen, dass du einen neuen gepflanzt hast? Äh, weil er dadurch einen... einen Bruder bekommt. Der gefühlt 500 Kilometer entfernt ist? Genau. Ich versteh die Logik nicht. Ich glaub ich muss es nicht verstehen. Fakt ist, der hätt sich gar nicht drüber gefreut, weil er ihn nicht mal gesehen hätte. Ui, da ist ne Spinne. Okay, das... Hier dran. Ja, ja. Da drin, ja. Jetzt bin ich überlegen, wie stell ich das mit der Tür an? Reicht? Reicht? Der Rest reicht auch. Ich kann nicht echt hier das Soundrohr einfach öffnen lassen und dann... Ja, geht irgendwie schlecht. Das wär ein bisschen blöd. Ja, das wär in der Tat ein bisschen blöd. Ui, kann ich auch. Äh, ja. Gehen wir mal raus. Mal interessant, ne Aufnahmesession ohne, dass wir in die Mine oder in den Nether gehen. Ja. Und was hab ich am Anfang eigentlich gesagt? Dass wir mal wieder zur Farm gehen, das könnt ich mal später machen. Das könntest du tun, ja. So, äh... Äh, war das so, oder...? Bin wir jetzt, äh, nicht ganz sicher. Wieso kann man keine, äh, Scheunentore machen? Ich hab ja eh grad ein Bild vor mir, also wie das Ganze sein muss. Mir fehlt der Kolben. Ich hab gewusst, ich hab was vergessen. Haha. Alles dabei, aber nicht den Kolben. Seh es. Irgendwo steht da da. Was suchst du? Ich kann hier grad umgucken, was man alles herstellen kann. Aber, ne, man kann ja das machen. Man kann keine Scheunentore machen. Wisschen, das ist ne Lücke, die fehl ist. Ich weiß ja, ich sag gar nicht, ob man das in der PC-Version machen kann. Das könnt ihr das nicht beantworten. Weil man kann ja keine Türen übereinandersetzen und dadurch so einen Scheunentoren machen. Deswegen... Brauche ich mein Schwert. Da. Ja, Rainbow Dash, wie machen wir das? Wie machen wir das mit einem Scheunentore? Das ist scheiner. Das Pferd wird's auch keine Antwort geben können. Und natürlich wieder kein Leder. Kann doch nicht sein, hey. Dass die Kühe mir kein Leder geben wollen. Das scheint doch. Äh. Mach ich halt in der Villa weiter. I'm pissed now. Ähm. Ja, okay. Wo ist der? Hier. Hier. So. Nee, warte mal. Jetzt hab ich, glaub ich, einen Scheiß gemacht, wie immer. Äh. Jep. Ich hab einen Scheiß gemacht. Ich hätte es aus mehreren Winkeln, äh, da einen Screenshot machen sollen. Nee, es wird schon wieder dunkel. Screw it! Bin doch nicht fertig! Äh, ja. Okay. Nein. Ja. Wir können ja mal probieren, irgendwie ein, aus der Tür eine Scheunentore zu machen, aber geht wahrscheinlich natt. War das im Endeffekt so? Nee, aber das wär ein Schwachsinn. Shit. Ja, ja, shit. Denk ich mir auch grad. Ah, nee, warte. Ich glaube, jetzt hab ich schon wieder. So. Dann kommt der Kolben. Da hin. Nicht da hin, so. Also nicht so. So. Ja, genau. So, 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 so. Der Endertruhe kann man selber bauen. Nicht schlecht. Äh, ja. Der Endertraum, super. Ah, ja, stimmt. So war das. Okay, dann kann ich das hier wieder wegrupfen. Genau, genau, genau. So, hier kommt dann das Eisen geht da hin. So, das Pendel. Und jetzt kommen die Türen dran. Es kann sein, dass ich's jetzt grad mehrmals wegrupf. Das passt. Das passt schon mal nicht. Das passt nicht. Ach, warte, ich glaube... ...muss du noch mal kurz weg. Genau. Jetzt wirst du nicht, oder wie? Okay. Also in der PC-Version ging's so. So'n Scheiß, ey. Ach, ich dachte schon, wie groß ist der Schwein geworden, aber, äh, das stand auf der Tor. Ach so. Ja, weil da geht's so auf, das ist blöd, das muss nämlich genau hier sein. Und das ist es nicht. In der PC-Version geht's. Ah, lol, oder? Ja, okay, lol. So, im Groben... ...ist schon, aber... ...ich brauch halt noch... ...Leder. Ja. Und hier ist grad keine Kuh in der Nähe, oder? Oder ich weiß... ...ja, okay, im Dunkeln... ...ja, da ist keine... ...Kuh unterwegs. Im Dunkeln ist keine Kuh unterwegs? Ist doch wirklich so. Ich weiß es nicht. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Das auf jeden Fall. Jetzt kann ich nämlich schon mal... ...das wegtun, das wegtun, das wegtun. Ich hab keine Ahnung, wie ich an meinem Turm rauskomme. Oh, ich nicht. Das lass ich mal da. Das lass ich sowieso da. So. Es tut mir leid, wenn das jetzt alles in der Episode nicht so... ...also in der... ...Aufnahme-Session jetzt nicht so spannend ist, aber wir wollten auch ein bisschen an der Villa... ...weider basteln. Ah, da ist ne Kuh. Ah, Mini-Zombie! Drecks, Mini und Creeper. Jetzt kommt irgendwie alles auf einmal. Und tot. Also der Creeper. Ich nicht. Endlich hab ich wieder Leder, ey. Endlich! Leder! Kann ich das zumindest mal schnell dran machen. Was war heute da wieder? Okay, Stöcke. Haufenweise Stöcke. Die wir natürlich... ...nicht haben. Seh ich, wir haben Stöcke im Überfluss. Wir schwimmen in Stöcken. Ne, das reicht sogar. Hat ganz genau sogar ausgereicht. Sehr schön. Ich mein, das sieht ja eh schon, was es ist. Sieht man eigentlich schon lange. So. Ja, jetzt sieht's fast... ...so aus... ...wie... ...in meiner Creative World. Die Sache ist, hier kommen noch jeweils drei Rahmen hin. Ich weiß nicht, ob ich da zugemacht hab, oder ob ich das so lassen hab. Es kann sein, dass ich's so lassen hab. Müsste ich da mal später nachschauen, aber... ...so an sich... ...die wird normal weiter hoch gehen, aber ich hab halt hier... ...nicht so den Platz, darum hab ich's auch so lassen. In der Kopie. Ja, das passt schon so. Also die Rahmen kann ich irgendwann später auch noch machen, wenn ich halt genug Leder hab. So ist es jetzt nicht. Hm, da oben sehe ich einen Creeper. Weil es dunkel ist. Wo ist da ein Creeper? Wenn du nach rechts schaust. Dann auf der... dann nach oben. Ach, da. Okay. Hab ich ihn gesehen. Der Creeper ist gerade noch real. Das weiß ich ja immer. Aha. Muss man grad hier das... ...Glas rausholen. So. Jetzt aber. Gut. Es ist Tag. Äh, ja, dann... ...wür ich sagen, dann machen wir hier einen kleinen Break, oder? Äh, ja, kann man machen. Bei Rainbow Dash geht's gut. Hm? Sound-Tor ist zwar noch nicht da, aber... äh, also hier... ...Tor. Genau. Der Creeper ist weg. Oh. Dann hat kaputt mal was geplatzt. Ja, hoffentlich. Äh. Äh, ja, genau. Ähm, dann machen wir hier jetzt einen kleinen Break. Genau. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ja. 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 Ja.